Der Gefrorene Schlund ist ein Event in den Wandererhügeln, das man direkt auch mit dem ersten Pre-Event anfangen sollte. Gestartet wird hier an der Wegmarke Crenax gehöft und wenn es so ist wie bei mir und man einfach zu spät kommt, das erste Event schon läuft, dann sitzt man in der Warteschleife fest bzw. das Spiel lädt noch und man kann sich nicht bewegen, erst wenn man da ist. Dann geht es hier am Anfang darum die Graule zu schlagen, das habe ich leider schon verpasst, insgesamt gibt es hier 6 Events zu machen, von daher lohnt es sich wirklich von Anfang an dabei zu sein, weil das ganze Ding auch relativ schnell gemacht ist. An der Stelle warten wir kurz, weil hier spawnen gleich ein paar Graule. Da sollte man zumindest auf einen geschlagen haben, damit das Event noch zählt. Das haben wir geschafft. Jetzt geht es direkt zu dieser Zielposition da drüben, da finden 2-3 Events statt. Hier warten wir hier erst noch kurz, weil hier spawnen gleich auch noch ein paar Eiswesen. da versuchen wir auch noch eins zu erwischen. Geschafft. Als nächstes wird diese Kristallformation angreifbar. Man sieht, das geht alles wahnsinnig schnell. Man muss sich da wirklich beeilen, aber die Events ploppen auch. der Rainer auf. Als nächstes stellen wir uns hier an diese Zunge. Von da hinten kommen gleich noch ein paar weitere Gegner, die unangreifbar bleiben bis sie hier sind. Wir hauen dann einmal mit einem Bereichsschaden rauf, um die alle einmal anzutecken und rennen direkt auf die andere Seite, weil da startet direkt das nächste Event. Pre-Events zum Schauflerkommissar haben begonnen. So, einmal draufhauen. Speedwaff rein, wenn vorhanden. Einmal auf diese Portale hauen oder auf die Eiswesen davor. Und wieder zurück zu der Position mit der Eisformation. Da startet jetzt das letzte Gruppenevent. Da gibt es auch nicht großartig, was zu beachten. Im Grunde immer draufhauen. Man wird ein paar Mal weggestoßen, wenn man pechert. Aber zumindest überleben sollte man das. Das ist ja immerhin auch in der Anfangszone. Der gefrorene Stund startet. Wipend. Wipend. Untertitelung des ZDF, 2020